ok geht auch warum hat er das denn vor nicht bei mir angezeigt muss halt warten ist das anzeigt ok das muss man nur mit dem juicer machen so mit der sojabohne ok hallo kleine piranhas von vegetarisches wachsen auch geil das wird der schwindet dunkel wollte mich alles deine schuld ja doch mann wo ist mein ein strahl ich hab ihn gefunden dahinten ist er am anderen bergende toll was mein strahl ich hab ihn gefunden ja dafür hab ich eine hontierung ich weiß wo ich ungefähr mal war aber den zurückweg und anklass finde ich nie oder ohne kompass das behinderte ja auch ein bell noch mehr ja ich habe eben bau gehört ja was für die öde von 8 hier ist ein faktor ich glaube da warst du schon es kann möglich sein was mein pp strahl ach ach da unten auch noch ja so kaktus powder kaktus leder und string hat doch was aber auch grüne farbe ausmachen den zehn hallo erfahrungspunkte hallo grab das war eine fackel hier warst du einfach schon konnte ein weil ich jetzt nicht einfach irgendwo eine welt vergehen ich ja ja zur orientierung ich weiß ich noch nie hatte erst recht nicht das stimmt da ist ein village erdorf okay dann gehe ich da hin und gucken das fakes da sind das fakes sind ausgezogen dann und die karte wurde noch nicht aktivisiert sie hat noch keinen bock auf dich macht dich ich habe immer bock bock ne klar ne ne auf dich nie sicher auf dich hat man nie bock klar ähm kram also ich weiß ja nicht welcher held das immer ist ne aber warum pack immer dieser held werkbänke an den stellen wo eigentlich ein baum stumpf war du du also wenn man unterwegs hat eine werkbank brauchen muss dann eigentlich nur so baumstümpfe gucken ja ja das sind immer meine werkbäcke ich weiß nicht warum ja hallo ich habe dem baum das holz im fett also kann der block doch wieder sein du bist echt so behindert ey sagst du du bist echt behindert das magst du doch nö na nein da wird niemals ein villagerdorf sein das wäre ein zufall bist du dir sicher die karte lügt wieder ja 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 ich sehe noch kein gebäude ich sehe Kühe ja ich hatte ja auch generell die probleme muss erst mal neu richtig generiert werden wieder was mit den ids vielleicht sieht das jetzt wegen der karte toll das hast du echt super gemacht hm das hast du echt super gemacht ja ich freue mich über dem villagerdorf da kriegst du eventuell mal ein smaragd damit du den markt bauen kannst nein ist es nicht ist nur scheißhausen das ist nur scheißhausen vor allem meinten das ist doch kaka so muss ich jetzt auf einem weg da muss ich zum heimweg gehen kaka ist das andere kaka ist braun und stinkt na stirbt schwannchen nicht später was ich weiß ich habe heute op noch gar nicht geguckt ich ja ja die folge kam ja ein bisschen spät heute ja kommt ja dann machen wir die zwei stunden voll haben wir jetzt mal wieder genug das ist schon sehr spät wenn ich gerne gehe ich dann wieder um 10 Uhr ins bett hä ich werde ja alt ich schlafe seit einer woche mittlerweile acht stunden ok was wird dir denn los weiß ich nicht ich dachte ich werde alt hm glaube ich dir sogar das glaube ich dir sogar werde alt bald schon wieder weihnachten ja nicht mal mehr ein halbes jahr ja das ist schon wieder weihnachten karte man hat nichts geschafft ja nichts ja geh ich richtig ah ich geh schon in die falsche richtung schlucht gefunden ich will keine schlucht mit schist harnsand 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 und rätsand hab ich auch gefunden harnsand hmm hn 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 ich bin zu weit gelaufen wieder nach hause mein gott schnauzehnte das war wendelfeld jetzt will ich nach hause village hat doch hab ich gefunden ohne scheiß ohne scheiß irgendwo ganz weit weg das ist nicht geil nein das haben wir noch nicht mal ender punch ist immer treten können wir haben ja nicht es ist mir sagen können was irgendeiner braucht früchten oder so ich habe sie abgehakt und die gefunden ja da war eine säule aus sandstein und da drunter waren immer also okay das ist so gut wenn lieber die san und zieht es noch zu finden ja aber vielleicht wirst du die mit dem markt dann weiß man nicht ne deswegen wäre ja sinnvoller aber ich habe eine neue frucht gefunden für den baum wo ist sie denn da ist sie die packe ich mal wo packe ich die denn hin hier unten hin ich habe es gefunden was candy lila ich habe das zeug gefunden bist ein braver junger geil geht doch wer sucht der findet ne bist ein braver junger ich habe sechs seeds schon davon ok auch nicht schlecht muss halt aber auch sand angepflanzt werden ja gut ist auch nicht so schlimm nehmen wir kurz auf für kleine kinds naja oh da ist noch was alles her hi villager 16 strawberries okay strawberries in a manium okay cash you can okay hey 15 graphood hallo 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 und klopfen okay nnnn 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 ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd natürlich alle mit machen du hast helis gefunden haben wir doch schon ja ja sie ja die renn hier wieder die flitzebogen durch die gegend was habe ich ja schon mal gesagt dass ich ein drahtloses zusätzlich mal mal der hatte gegeben zinne mann im zäppling mit für ein immerwert cashew zäpplings grapefruit zäpplings und dann im ginger das ist ein ginger für ein immerwert teelies 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 oh verpiss ich da oder sonst bin ich aus der Tür raus echt scheiß Messvie wir haben Kartoffeln Kartoffeln ja haben wir angeflünstet ok dann öffnen wir mal die Karte überwinden ok das ist schon ganz schön weit weg mach den Punkt mal trotzdem dahin kann man immer gebrochen düm 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 ähm was machen wir denn da nehmen wir das den Stein binul � públic so Ja, oder die Materialien oder die Sachen um die Tür da hinzusetzen Nein, ich finde den Menschen Durst Das ist jetzt nicht so Ich bin so der Fan davon Alles abbauen, alles abbauen Was ist da noch drin? Ach du Scheiße Grape Jelly, ja, da ist auch noch Zeug drin, also war Und Spruce? Spruce haben wir, ne? Spruce haben wir es, jao Okay Dann können wir ja gucken, dass wir das Zeug rauskriegen, weil dann können wir uns gleich Habe ich auch schon was Ja Ist egal, da muss man die Truhen durchgucken Können wir uns nämlich gleich Blazefots machen Habe ich schon Okay, auf der Karte zeigt er noch ein Wildwitcher Dorf an Ja, ist eh verpackt Ich schau trotzdem ob da Star ist Bam, bam, bam Bam, bam Ja, da muss man die Truhen durchgucken Ich schau trotzdem Ich schau trotzdem Ich schau trotzdem